1,2 Polizei, 3,4 Grenadier. Ne, das lassen wir mal. So, wir haben hier die 1,2 Polizei von Leslie, Silvesterzauberfeuerwerk. Gekostet hat sie 4 Euro, hat 16 Schuss und 112 Gramm NEM. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal raus und testen die 1,2 Polizei. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, jetzt kommt die 1,2 Polizei für euch und mal schauen, was sie bekommen. Ja, eine Batterie, die hat 4 verschiedene Blinkauerarten. Finde ich sehr schön. Also Freunde, für 4 Euro Kaufempfehlung. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön.